Jo Freunde, was geht ab? Ich dachte mir, ich mach mal eben ganz kurz, ganz chillig ein Video, boah, ich sollte da in die Kamera gucken, mit dem Handy, denn ich wollte euch nur Bescheid sagen, ich war das komplette Wochenende jetzt bei meiner Mom, weil sie den Arm gebrochen hat und ich einfach es nicht geschafft habe, genug Wolfenstein-Folgen aufzunehmen. Gestern war ich in Berlin, habe dort gedreht und das von 21 Uhr bis 6 Uhr heute Morgen. Ich bin gerade, just in diesem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, gerade nach Hause gekommen. Es ist jetzt 17 Uhr und ich schaffe das heute einfach nicht mehr. Also ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich bin völlig fertig, habe jetzt auch echt keinen Bock, irgendwie Wolfenstein aufzunehmen, sage aber, morgen geht es weiter. Ich werde nachher noch einen kleinen Stream anschmeißen, so ein, zwei Stündchen, heißt also, vielleicht kann ich euch damit vertrösten, kommt einfach vorbei, wenn ihr Bock habt. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann, ja, ich werde ein bisschen CSGO daddeln und vielleicht noch eine PUBG oder sowas, einfach mal schauen. Ja, also wenn ihr Bock habt, einfach vorbeischauen und Wolfenstein geht auf jeden Fall morgen weiter. Also danke für euer Verständnis.